Nun ist er wieder hier, als Miramionette von Morudal. Die Unterwasserlebewesen, die hier seit tausende von Jahren leben, haben das Wort Miramionette eingebürgert. Natürlich. No. So wie Kindergarten im Englisch. Ja, was soll ich sonst sagen, Marionette? Puppe. Er hat Puppe gesagt. Geht's dir besser? Nein, das Kett ist schon in den Brunnen gefallen. Die Miramionette ist schon in den Brunnen gefallen. Sag ich ihm, was ne Arrange ist. Jetzt sieht seine Schleuchte wie eine Qua. Abel, Abel, mir hat eine dabei. Natürlich hat er eine dabei, die er dann reinbeißen kann mit Schaden. So, Schluss jetzt. Abel, 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 Abel. So, ich bin offen. So. Ich bin sachs.